Herr Jung, bitte. Ja, vielen Dank. Ja, guten Tag auch noch mal meinerseits. Wir begrüßen die jetzt durchgeführten Grenzkontrollen anlässlich des G20-Gipfels. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse bestärken uns in unserer Forderung, dass Grenzkontrollen stattzufinden haben, und dann nur dadurch der Schutz der Bevölkerung hier in Deutschland gewährleistet werden kann. Es sieht so aus, dass ja doch sehr viel an Kriminalität bei diesen Kontrollen auch jetzt aufgedeckt werden. Wir können nur hoffen, dass im Hinblick zur Grenze zu Polen auch weniger Tschetschenen reinkommen, wie wir ja im Innenausschuss letzten Donnerstag von dem Innenminister erzählt bekommen haben. Es ist die größte Gruppe derjenigen, die in den Erstaufnahmeeinrichtungen lebt und sitzt, die Gruppe der Tschetschenen. Ich habe ja hier an dieser Stelle und auch im Plenum schon oft darauf hingewiesen, dass wir das völlig inakzeptabel finden, dass die Landesregierung nicht diese Leute im Rahmen von Dublin nach Polen ausweist. Es wird zwar dann immer auf den Drehtüreffekt hingewiesen, dass in dem Moment, wo die nach Polen wieder zurückgebracht werden, werden sie dann anschließend wieder hier nach Brandenburg kommen. Aber wir sehen ja, dass mittlerweile doch einige Landkreise keine Tschetschenen aufnehmen wollen. Und das Resultat ist, dass in den Erstaufnahmeeinrichtungen die Tschetschenen die größte Masse ist. Da ist dringender Handlungsbedarf bei der rot-roten Landesregierung angesagt. Der Zustand, den wir jetzt haben, der geht so nicht weiter.